Zuerst einmal Gratulation Frankfurt Nico. Wir haben das Spiel, glaube ich, verloren, weil wir ins Spiel so reingegangen sind, wie wir es eigentlich nicht vorgehabt haben, nämlich mit zu wenig Spannung, mit zu wenig Bereitschaft, Zweikämpfe anzunehmen, zu viel abwarten, nicht so akouragiertes auftreten. Das war schade. Wir haben das dann korrigiert. Wir haben dann zweite Halbzeit das gesehen, was wir uns erwartet hätten, über 90 Minuten oder erhofft hätten. Das war in Ordnung. Deswegen muss ich das Spiel ein bisschen teilen. Erste Halbzeit bin ich gar nicht zufrieden. Zweite Erbzeit war sehr in Ordnung. Da habe ich uns gut gesehen. Und da sind wir halt auch vielleicht nicht belohnt worden in der Phase, wo wir ein paar Möglichkeiten gehabt haben mit dem Ausgleich. Aber ist vielleicht auch in Ordnung so, dass wenn man ein Spiel macht, das nicht über 90 Minuten aus unserer Sicht gefühlt gut ist, dann soll man hier oder nimmt man hier zumindest da kaum einmal einen Punkt mit und vielleicht ist das auch in Ordnung so. Dankeschön. Ja, vielen Dank zunächst, Peter Stöger. Nico, wie hast du das Spiel deiner Mannschaft gesehen? Ja, das erste Mal nehme ich die Glückwünsche an. Danke, Peter. Der Punkt ist ja der, Peter hat ja alles gesagt. Ich war erste Halbzeit zufrieden, er nicht. Und umgekehrt war es auch. Also die zweite Halbzeit haben wir uns zu sehr reindrängen lassen. Der Gegner hat einiges verändert, hat dann hinten mit der Dreierkette aufgebaut, hat den Hektor reingeschoben. Da hatten wir ein bisschen Probleme. Wir wollten aber kein Risiko eingehen, um Hasebe dann auch nach vorne zu schieben, weil wir wussten, dass jeder offene Ball, also sprich, wenn der Gegner keinen Druck hat, sofort in die Tiefe gespielt wird. Wir wollten die Mitte nicht preisgeben. Das Problem war dann letzten Endes, weil wir keinen Druck nach vorne gemacht haben, also sprich, den Gegner unter Druck gesetzt haben, wenn er den Ball hatte. Wir haben uns zu sehr seitlich bewegt, beziehungsweise dann nach hinten drängen lassen. Und so wurde der Druck in der zweiten Halbzeit immer größer. Wir haben das Spiel gewonnen, glaube ich, weil wir dann das Quäntchen Glück auch hatten. Aber die Mannschaft hat auch eine sehr gute Moral bewiesen. Trotz der Tatsache, dass wir so unter Druck standen, hat jeder dort gekämpft, auch die, die reingekommen sind. Und deswegen bin ich sehr froh. Vielen Dank, Nico. Ihre Fragen an beide Trainer? Mit der Bitte kurzes Handzeichen. Keine Fragen? Gut analysiert. Doch, Martin Quast. Herr Stöger, das Spiel endet ja nichts daran, dass Köln eine super Runde spielt, Eintracht Frankfurt auch bisher. Wie erklären Sie sich, dass Bayern München nicht die üblichen vier, fünf Verfolger hat, sondern dass da drei, vier, fünf Mannschaften stehen, mit denen vielleicht im ersten Moment keiner da rechnet und die anderen dicken Teams hinten dran hängen? Ja, das liegt an den anderen Teams. Dass die Frankfurter und wir da vorne stehen, wenn wir jetzt mal schauen, sind das wahrscheinlich die zwei größeren Überraschungen noch. Ich glaube, beide Mannschaften sind gut aufgestellt. Es war für uns auch klar heute, dass es ein total offenes Spiel ist. Das hat man auch gesehen. Ich glaube, es sind zwei Mannschaften am Werk, die versuchen permanent am Limit zu arbeiten. Wir haben das erste Halbzeit nicht geschafft. Deswegen haben wir es nicht geschafft, so im Spiel zu sein, wie wir es gewollt haben. Es ist etwas besser. Nico wird auch seine Probleme gesehen haben. Aber wir sind normalerweise eine Mannschaft, die alles reinlegt, alles reinwirft. Die gute Moral hat, das hat man heute auch gesehen und das trifft auch für Frankfurt so. Ein paar Jungs, die richtig gut kicken können, haben wir allerdings auch in unseren Reihen. Ein bisschen was entwickelt haben wir, ein bisschen eine Spielidee haben wir dabei, die man manchmal sieht, manchmal ein bisschen weniger sieht, wie erst der Halbzeit. Ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Es ist erfreulich. Aber natürlich sind da hinter uns noch Mannschaften, von denen man erwarten kann, dass sie dann irgendwann einmal bei uns in unseren Sphären auftauchen werden. Davon kann man ausgehen. Ja, ich sehe kein Handzeichen. Dann vielen Dank beiden Trainern. Vielen Dank auch an 51.500 Zuschauer. Wir sehen uns wieder am 26. November gegen Borussia Dortmund. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Alles Gute. Vielen Dank.